Herzlich willkommen bei SIKO. Ich möchte Ihnen heute unseren SGH10 vorstellen. Der SGH10 ist eine wirkliche Weltneuheit. Er ist der erste Seilzugeber, der komplett in Hydraulikzylinder integriert werden kann. Mit dem SGH10 können Sie den Hub eines Hydraulikzylinders messen, ohne den Kolben bohren zu müssen. Dies bietet viele Vorteile. Nicht nur die Integrationskosten sind deutlich günstiger, sondern auch die Flexibilität, die viel höher ist. Der Seilzugeber SGH10 kann für eine Messlänge für bis zu einen Meter eingesetzt werden. Bietet dort als Schnittstelle Can-Open oder analoge Schnittstellen, die flexibel programmiert werden können. Heißt, die Integrationskosten sowie auch die Variantenvielfalt sinken deutlich. Der SGH10 wurde speziell für den mobilen Einsatzbereich ausgelegt. Er bietet Ihnen eine hohe Schock- und Liberationsfestigkeit sowie eine hohe Festigkeit gegenüber EMV-Einflüssen. Der SGH10 wird direkt in den Zylinder integriert und ist somit perfekt für alle Umgebungsbedingungen geschützt. Die hohe Schutzart IP69K erlaubt Ihnen zusammen mit dem Steckersystem KV1H einen perfekten Einsatz in Nutzfahrzeugen, in Landmaschinen, Baumaschinen und in jeder anderen rauen Applikation. Ein weiterer Vorteil des SGH10 ist die einfache Integration in den Hydraulikzylinder. Speziell beim Hubverlust bietet der SGH10 einige Vorteile. So kann der SGH10 in den Zylinder integriert werden mit einem maximalen Verlust von 2 cm. Heißt, Sie können den SGH10 nicht nur einbauen, so wie wir ihn hier in unserem Testzylinder haben, sondern auch seitlich über eine Rudenkrolle. Dies bietet Ihnen beim Platzbedarf viele Vorteile. Weitere Informationen zum SGH10 finden Sie unter dem folgenden Link. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie an unserem SGH10 Interesse hätten. Für ein kostenloses Muster oder mehr Informationen können Sie mich gerne direkt kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.